hallo hier meine lieben und willkommen zu der nächsten folge jurassic world evolution 2 in der chaos theorie jurassic world und wir müssen hier diesen gast komfort noch ein bisschen hoch pushen und ich hab was gesehen gerade hier sind überall so 144 138 hier sind nur 80 leute drin hier aber haben wir schon fast voll ich überlege jetzt wirklich irgendwo das kommt halt immer darauf an wo man was sieht ich weiß nicht wie ich den hochkriegen soll eventuell muss ich hier und hier schon ist es habe die mittelgroße einrichtung schon freigeschalten wusste ich kann eventuell muss ich die dahin machen müsste ich die austauschen da müsste ich die austauschen das könnten wir mal machen kostet zwar dann echt wieder geld aber und auf jeden fall es kostet geld und zum anderen wird erst mal das hier weg sein was ist denn hier wird es hier erstmal weg sein weil ja die ganzen gebäude fehlen und ich würde es mal versuchen hier wird es öfter mal voll sein brauchen halt auch lange bis sie sich dann abbauen ich weiß dass jetzt alles in sich zusammen stürzen wird hier aber das würde ich jetzt einfach mal testen das kommt hier hin und trinken kommt daneben ähm hier und futtern ein bisschen weiter rüber gerutscht jetzt muss ich gleich wieder konfigurieren hier sieht noch alles gut aus ja weil ich will jetzt hier gerade explodieren weil hier nichts mehr ist aber der komfort der ist weder runter noch irgendwie anders vielleicht muss ich hier noch irgendwie kann ich denn kann ich denn kann ich denn bevor du dies bauen kannst ach da war ja was da hat ja noch jemand gefehlt hat er sich mittlerweile irgendwie geändert das hat sich ein bisschen was geändert oder er kostet zwar viel aber da ist jemand dabei der ist gut in genetik der ist gut in genetik hört sich auch so komisch an wie so eine sportart aber ich meine deshalb auch teuer ach komm was soll es tut zwar weh aber was wir haben haben wir sagt sie einfach mal so neun oh wir brauchen ja drei stimmt ich muss dann jemanden level das war jetzt moment ich muss nachdenken dass wir müssen entweder gucken ob jemanden leveln können weil wir brauchen und hier kann man ja auch schon oh gott ich hab grad so viel input moment muss ich erst mal kurz hier um kümmern hier machen wir mal kurz vegan vegan weiß er nicht ja warte aquarium 21.000 skelettausstellung input input okay das geht alles noch das geht alles runter wasser spiel möchtest gerne mal sehen was das alles ist es geht alles runter das müssen wir erst mal so lassen da machen wir jetzt mal ja doch das kannst du lassen das ist okay aquarium fish tank die skelettausstellung wird der neue das neue ding aquarium fish tank fossilien diese drei gleichen springbrunnen okay mehr kann ich kann immer erst mal mehr erst mal drei flüschtiere ich möchte es auch haben süßigkeiten stand dichte gestelle wo das ist nur weiß das hat aber alles das bringt weniger alles ja das bringt alles weniger alles klar so jetzt pass mal kurz auf 90 122 83 299 200 dings und dings ja jetzt teilt sich ein bisschen auf oder hier ist noch voll aber das kann ich jetzt gerade nicht na das lassen wir zu ich weiß dass du hier immer Fahrzeug angreist ich kann da gerade nicht viel machen ähm so pass auf jetzt wo wo das war ja das das weiß ich aber ich suche eigentlich was anderes warte mal in richtung strom infrastruktur effizienz upgrades habe ich das tag sucht wissenschaftler training fünf zahnrad macht mal ihr zwei ist es das zum leveln ja ne warte mal ich mach mal kurz ein bisschen vor ist zwar haben wir plus geht weil dann kann ich die leveln dann kann ich die löffeln wir hätten hier wir müssten hier irgendwas hin machen haben wir irgendwas noch was wir hin machen könnten ne ne diese bahn was braucht diese bahn eigentlich damit ich die bauen kann nichts sie muss nur erforscht werden aber die nützt jetzt noch nichts wenn ich die mach noch nicht nein wir könnten sogar noch Tiere brüten aber dafür müssten wir hier erstmal jetzt hatten wir glaube ich noch mit ne ich stelle schon mal hier auf äh ist es jetzt erforscht ach ne das war das mit dem wissenschaftler im moment so ich kann sie leveln wir brauchen was brauchen wir noch oh god ich bin so vergesslich was war das hier ne das war nicht hier ein gast kommt vor hier wir brauchen zahnrad das zahnrätsche äh 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 hier unten war es noch ne ich bin so confused ach den konnte ich nicht ah jetzt ich bin so verwirrt die anderen lasse ich mal nochmal weil ich nicht weiß was ich dann brauche bei denen dann könnte das doch jetzt gehen ne ach ne ich brauche noch einen Dreier halleluja jetzt geht's so wie kriegen wir den Gastkomfort noch hoch muss ich da hinten jetzt wirklich noch einen Schutzraum hin machen da geht aber keiner mehr hin könnte den höchstens also ich könnte natürlich das wäre aber doch warum machen wir sowas da hinten ist halt nix ne also könnte ich rein theoretisch tun aber diese Rex sieht's in beiden Toiletten aus da ist alles okay da ist alles okay da ist alles okay perfekt super das passt jetzt auch Hotel 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 wir haben das Hotel aber pass auf jetzt hier sind gleich diese ähm Dinge hier neben uns ich könnte es natürlich auch noch mal kurz gucken wenn wir das hier hin machen und das Ding nee das sieht nicht schön aus wie gesagt hier hin in die Straße irgendwie drumherum aber das sieht nicht schön aus passt hier noch was rein Nina das kann man nicht hier hin quetschen oh das hat kein Strom wo ist denn der nächste Stromkasten ja das sehe ich ein sehe ich ein passt das perfekt perfekt 17 21 hey du machst mich fertig oh das sieht geil aus das sieht schick aus kann man das eigentlich auch verändern nee Sauropode plus zwei andere Knoten okay es hat ein bisschen was gebracht 76 das ist doch schon mal schön können wir hier auch irgendwie Hotel denkst du es anzeigen was ist das Besucherandrang alle Gäste oder müssten wir noch also wir haben ja hier ein kleines Hotel wir haben hier ein großes Hotel oder nee ein großes müssen wir noch eins hinmachen ist halt blöd dass hier jetzt ja nichts ist aber da hab ich halt vielleicht noch was anders geplant ich weiß halt nicht wie das dann später wird und so will ich ja da noch irgendwas anders hin machen wo hab ich doch was wo hab ich da vorhin hingeguckt ach ich hab den Stromverbrauch angeguckt ich muss da oben hingucken ja ich verstehe läuft da jemand drinnen da ja laufen da laufen keine drinnen weil da hinten eigentlich nichts ist das bestimmt wird ja hier irgendwas falsch oder nö geht noch Toilette ist auch noch okay die hab ich halt noch nicht ne aber die wollte ich halt die macht jetzt noch keinen Sinn wirklich hier ist halt diese kleine Stelle hier die einzige die jetzt gerade noch rot ist liegt es eventuell wirklich daran kann das sein wollen wir den T-Rex hier sehen mach das jetzt einfach mal weil hier könnt ihr auch auf den T-Rex gucken und der ist ja gerade hier okay jetzt nicht mehr weil er macht es gleich wieder normal und von da aus sollte man ihn auch sehen zwar nicht dieses kleine Eck da hinten aber so oft wird er ja da nicht sein denke ich mal Hotels brauchen wirklich lange bis die sich aufgebaut haben das habe ich jetzt gelernt schon so ein Pool jetzt wäre was feines das sieht echt voll schön aus auch noch mit dem Glas hier ich finde so schön so muss ich da jetzt wirklich muss da glaube ich wirklich was hin machen dann mache ich aber kleine hin dann mache ich kleine hin dann mache ich kein großes hin passt da noch was daneben die wollen an jeder ecke essen wollen wir es ihnen verübeln knapp ich glaube das geht nicht mehr das geht noch wenn ich so mache es geht noch so ich das auch nicht ich kann das eine nicht ich Geh mal bitte da hin und guck mal, was hier los ist. Hier ist irgendwas nicht so ganz in Ordnung. Was ist hier los? Hier ist die Abendkleidung und hier ist genau das andere. Weil hier jetzt was ist, mehr geht ihr rum oder wie? Ich muss erst mal gucken, was mit dem hier ist. Oder ich muss tatsächlich noch ein bisschen... Aber meinst du, wir müssen neue Dinos hier reinbringen? Glaube ich fast nicht, oder? Hey, nicht schubsen. Was tut ihr denn? Habt ihr gestritten und da hat irgendwelche... Der fährt hier durchs Wasser einfach durch. Infektion. War das jetzt die? Was hatte der jetzt? Krypto. Äh, 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 äh. Eins und drei. Eins und drei. Eins und drei. Ja, du bist der einzige, der da hinten drei hat. Aber geh du mal bitte, ähm, Eier machen. Oh, wir können doch forschen. Edmontosaurus, äh, äh, wollen wir das einfach mal? Andracorex, wir haben wieder einen Dracorex. Trike. Edmontosaurus, Apatosaurus, oh Gott, diese... Nasutoceratops. Carnotaurus, Mayungasaurus. Ceratosaurus. Timorphodon. Ah. Kompi, Kompi, Gali, Parra. Wollen wir einfach mal das Forschen anfangen? Paras oder so? Fünf. Schadet ja nicht, oder? Mal kurz ein bisschen weiter. Wie kriegen wir den Gas-Komfort hoch? Vielleicht müsste ich wirklich hier irgendwas reinmachen, nur ich weiß nicht was. Kann ich den so behandeln? Ja. Den kann ich so behandeln. Perfekt. Ich weiß nicht, ob das zu klein ist, wenn ich ein Gehege reinmache. Ich weiß nicht, ob das zu klein ist für ein Gehege. Vor allem, weil ich jetzt auch noch diese Dinger habe. Mach das mal kurz nochmal leer. Hm. Vermutlich, weil ich jetzt hier die da habe, oder? Das ist eine gute Frage. Warum? 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 geht es hier hin da muss ich die straße ein bisschen hier wird es blöd sein hier wird es wahrscheinlich blockieren ja 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 Ich habe das gleiche wahrscheinlich, ne? Das ist im Park jetzt ausgebrochen. Vermutlich, ja. Ich habe mir bei den Sauriern wirklich Mühe gegeben. Aber jeder wird mal krank und muss behandelt werden. Mhm. Ach, das ist der Ranger. Warte mal. Warte mal, mach nochmal den hier weg. Den hier. Und den hier. Jetzt müsste das, glaube ich, dann so im Großen und Ganzen... Ne? Was ist denn eine Immunreaktion? Ich dachte, wir haben irgendwie so ein Meeresding freigeschalten. Was tut ihr denn schon wieder? Ist das euer Ernst? Sie belagern sich immer gegenseitig hier unten. Oh, du bist auch gleich geheilt. Dann ist alles wieder gut. Ja. Sehr schön. Hier ist noch minus Abendkleidung. Hüte, Hüte, Hüte. Oh, zusätzliche Regale war gerade plus. Jetzt ist... Kannst du dich mal entscheiden? 15.000. Fischtank. Fischtank. Ein Springbrunnen, oder? Das haben wir doch nicht konfiguriert, so wie es aussieht. Lass mal die billigen Burger. Ist okay. Aquarium, Skelett und Fossilien. Das geht immer. Das ist immer die letzte... Ja, hier muss ich nochmal konfigurieren. Das ist das, was ich vorhin rausgenommen habe. Aber ich frage mich, warum die hier wieder das gleiche wollen alles, ne? Man könnte auch mal was anderes reinmachen, aber das würde dann nicht so gehen, glaube ich. Obwohl, jetzt ist alles minus, ne? 8304. Aktualisiert sich das überhaupt unten, wenn ich hier drüber fahre? Ich lasse das letzte Mal leer. Kann ich hier noch irgendwas? 1000. 3.900. 4.100. Das ist wieder weniger. Weil hier was ausgefallen ist. Ja, immer. So, haben wir alles? Ja, ne? Da wurde gerade 295... Filmen wir gleich mal auf. Und das wurde ja jetzt schon... Na, es geht aber ganz... Es geht ganz schön gut weg, aber wir haben es ja auch auf... Doppelt so viel. Rauschen wir das schon mal? Drei... In Fläschchen. Macht mal ihr. Und du kannst dich mal kurz schlafen legen. So. Ich weiß echt nicht, was ich noch machen kann, ne? Diese Gästezufriedenheit, die ich finde... Ich finde es zwar echt gut, gehört ja mit dazu, passt. Aber ich persönlich finde sie furchtbar. Dahinten kann ich keine Toilette hinstellen. Ich kann dir hier eine Toilette hinstellen. Hohe Nachfrage. Das ist dann eine Toilette für die... Für die Mitarbeiter. Ist ja das Personalzentrum. Hoffentlich zählt die hierfür. Ja. Das habe ich noch nicht. Ja, und hier ist halt... Also... Kommt mir mal drauf an, wo die Gäste gerade rumlaufen, ne? Das ist hier wieder blau. Und gerade war es irgendwie komisch. Ich bräuchte so eine andere Ansicht mal. Muss ich mal rüber unten. Ne, okay, das ist okay. Das eine macht Minus hier. Jetzt nicht mehr. Was sind diese Standarddinger einfach, ne? Sind auch wenig Gäste drin. Die ziehen auch wenig Gäste drin. Aber ich mach's nur noch schlimmer, wenn ich hier was reinquetsch. Mach das mal kurz raus. Das war jetzt schon wieder das Auto, oder? Das war das Auto gerade. ... Oder? Oder? Ja, da kommt los marché runter. Oder? Ja, locker das Auto. Das ist natürlich nicht mehr so schlimm. Das ist ja jeder. Da Co angle ich gerade drauf. Das sage ich wieder raus. Alles klar. Dann gehen wir nochmal kurz hier rein. Irgendwann sind wir hierhin. Wo waren wir hier, ne? Da gehe ich jetzt einfach nochmal hin. Fünf. Ich achte da halt irgendwie gar nicht drauf, was die brauchen, ne? Äh, was für Merkmale die haben, aber... Das ist mir auch nicht so wichtig. Sorry, die haben die Punkte. Das ist in Ordnung. Sollte man eigentlich schon schauen, aber... Es wäre halt auch cool, wenn wir auf dieser Seite hier was hätten. Weil dann würden die nicht nur hier hinterlaufen, nur um hier hin zu gucken. Und dann hätten wir auch hier was, ne? Und hier haben wir ja eh noch nichts, aber das ist ja noch nicht so wild. Und ich überlege halt echt. Und dann müssten wir das da sowieso weg tun. Beziehungsweise zwei dann hinstellen. Das würde dann nicht mehr gehen, dass ich hier dann alles mitnehme. Aber Mantis würde hier, wenn wir es ganz eng machen, vielleicht ein Paragehege reingehen. Könnten's testen, oder? Mehr als schief gehen kann's eigentlich nicht. Geht nicht. Hier ist schon... Oh, das ist echt wie hier... Minimal, ne? Minimal. Das überschneidet sich halt total, ne? Aber ich kann's nicht... Ich muss es hier weg machen, dass ich Platz hab. Ich setz das jetzt erstmal hier oben, obwohl... Hier ist er am Rand. Ich muss das hier kurz mit rein. Ach nee, dann hat das da oben keinen Strom. Dann... Zieh ich ein. Stopp mal. Ich könnte es hier hinpacken, dann muss ich aber das hier kurz weg machen. Alles für den Strom. Und das geht aber nicht. Das geht nicht. Muss hier unbedingt ein Weg durch sein? Das geht nicht mehr. Meinst du, ich kann ihn auch hier hin? Wenn ich hier einfach so einen Weg... Hier hin mache. Du bist verbunden. Mach mal gerade. Und hier muss ich ja keinen Weg machen. Dann wäre das... Da oben schon mal. Warte mal kurz. Kann ich das irgendwie... Was musst du denn jetzt abdecken? Das da oben ist ja ein neues. Ich könnte hier unten so in die Ecke setzen. Und was musst du dann abdecken? Die hier. Kann ich das? Ich muss kurz schieben. Ich bin so froh, dass man diese Gebäude schieben kann. So wahnsinnig froh. Nee, kann ich nicht. Ich kann das nur bis hier hin schieben. Das geht leider nicht. Das hat ja überall Gebäudebeschränkungen. Überall. Aber hier müsste das dann schon gehen, ne? Gott, zieht es aus. Ja. Das wird wieder total lustig. Aha. Ich sehe schon hier das erste Ding. Die Frage ist gerade, wo mache ich... Hier hin, oder? Reicht das? Wer hat mir weiter rausgekonnt? Das ist so zusammengestückelt. Das ist ja... Fast schon. Ich sehe gerade gar nicht, wo das... Wegen diesen ganzen Beobachtungsgalerien habe ich jetzt gar nichts hier bis hin gezeigt. Aber doch, das müsste bis hierhin, glaube ich, ungefähr gehen. Das Tor hatte ich jetzt noch, ne? Das Tor geht halt... Es würde hier... Meinst du, das... Kommen die da gescheit rein? Also, wenn sie langsam fahren, müssten die eigentlich hier reinkommen. Ich muss einfach mal testen. Wenn nicht... Müssen wir uns irgendein Tier holen, das nicht so hohe Ansprüche hat? Es sind gar keine guten dabei, diesmal. Ist voll schade. Müssen wir nochmal weg. Und drei. Kann ich denn gleich nochmal weggehen? Fünf. Und dann schicken wir dann das Zweier hin, würde ich sagen. Hier ist zum Beispiel schon wieder voll Actionfiguren. Die wären auch voll, wenn ich nur 200 hätte. Die sind voll. Ne, das ist hier voll. Aber es verändert sich halt immer. Oh, du machst Minus. Güte gehen, ne? Ja, warum machst du Minus? Ich lasse das erstmal jetzt kurz. Wir machen auch Minus. Wenn es nicht reicht, zur Not kann ich die Straße hier oben wegmachen. Dann könnte ich mir noch das kleine Stück hier hinzugewinnen. Eventuell kann ich das noch ein bisschen rausmachen. Da bin ich mir aber nicht sicher. Ich mache mal kurz ein bisschen schneller, damit wir die schneller forschen und alles. Wir brauchen irgendwie... Ich mache das jetzt halt hier oben hin. Das muss ja nur an dem Weg angeschlossen sein. Du kannst dir ja per Lift... Ähm... Kannst du dir... Weg... Äh... Dingsen. Hier oben Strom. Bin mir da gerade nicht so sicher. Hier habe ich noch. Das ist alles so furchtbar. Das brauche ich eh nicht immer, aber das ist halt voll die Verschwendung, ne? Ich mache es jetzt mal hierher. Das ist so totaler Käse, aber... Ja, okay. Das hat es jetzt voll gebracht. Gibt es denn noch irgendwo... Da war wahrscheinlich nicht mehr viel zu holen. Hier gibt es noch Paras. Fünf wieder. Und der muss ich auf jeden Fall schlafen legen. Sonst wird es nichts. Ja, und das sind die Paras. Könnte ich denn schon... Also... Rein theoretisch. 75. Personal beschäftigt. Ich könnte... Ich könnte schon. Könnte. Ich könnte, ich könnte, ich könnte. Die nächsten müssen wir halt hier irgendwo hin machen, ne? Vielleicht hier hinten könnten die hier vom Hotel schon drauf blicken. Und wenn man hier Straßen rein macht und hier eine Beobachtungsgalerie hinten hin, könnten die auch gucken. Ich weiß halt nicht, was hier... Hier sieht es halt echt so aus, als ob hier irgendwie wie so ein riesengroßes Becken, ne? Aber dann müsste das da innen halt weg. Oder die haben da geplant auch hier irgendwelche... Oh Gott, kein Strom. Ruhe abgeschlossen. Fünf. Wie viel braucht man von denen? Minimaler Bestand vier. Okay. Minimaler Bestand vier. Na, gucke. Zweimal mit sanftmütig und tolerant. Find ich gut. Kannst du alle brüten. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Oh, du hast wenig. Sehr schön. Eigentlich muss man die jetzt ja nicht mehr, aber... Wir können so einfach. Oh ne. Das ist ein... Drei Plätze frei. Ne, mach mal noch nicht. Die könnten, wenn wir dann mehr haben, das voll machen mit dem Forschen. Das lassen wir jetzt erstmal so. Und jetzt gucke ich mal, wann die hier fertig sind. Ich hoffe, die kann man hier rüber... ...und transportieren. Aber das war ja schon immer so. Was ist hier denn eigentlich? Oh Gott, hier ist ja... Oh Gott, hier ist ja... Deswegen ist der Weg hier so komisch. Alles klar. Der muss ja bei weit laufen. Mach mal noch ein bisschen. Kann man denn... ...nur so rein aus... Ne, kann man nicht. Höchstens, wenn ich es ein bisschen rüber und rüberschiebe. Könnte aber von hier... Wenn ich es hier hin mache. Könnte man hier drauf gucken. Ist ja auch komisch. Warte. Zwei war's. Kannst du mal hier gucken? Jetzt geht er wahrscheinlich erst wieder zu den anderen, ne? Ja, jetzt geht er erst wieder. Das ist auch sowas, was ein bisschen komisch ist. Aber sie arbeiten halt die Reihenfolge ab, die die haben, ne? Ich hätte es auch auf den einzelnen Dino machen können. Oh. Hallo. Hallo. Kann man dich irgendwie... Du hast dich gerade so schön... ...so schön rumgezirkelt. Sind zu viele Leute. No. Guck mal, der vierte ist da. Ihr wollt doch bestimmt jetzt erst mal Wasser haben. Das wollen sie auf jeden Fall. Hier geht's... Hier geht's rein, ne? So. Und erst mal Wasser. Das andere muss ich jetzt auch noch gucken, wenn der Ranger da ist. Kann ich ein bisschen vorspulen? Kommt er denn? War der beim... Die muss ich, glaube ich, anders zuweisen. War das der, wo beim Rex war oder bei den Trikes? Eine gute Frage. Stegosaurid. Forschung verfügbar. Großer Fleischfresser. Ach, du warst schon da. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Du warst schon da. Wasser, offenes Gelände, gemahlenen Nuss. Ach, die wollen nur die gemahlenen Nuss. So genehm, ja? Darf ich ein Foto machen? Warte mal. Keine schönen Fotos. Nicht... Trifft ihr nicht... Nicht gut genug. Ich bin gerade ans Mikro gestoßen. Sorry, wenn es laut war. Ja. Alles perfekt. Oh, sehr schön. Und der Platz reicht, oder? Warte mal kurz. Offenes Gelände. Ja. Auf jeden Fall. Warte kurz. Oh. Das sieht ja richtig happy aus. Voll schön. Das ist ein schöner Schnappschuss. Oh, ich mag das total. Sieht sehr schön aus. So, jetzt haben wir das. Aber der Komfort, der geht immer noch nicht hoch. Obwohl hier wirklich... Oh, das ist so furchtbar. Mal gucken, wie viele Folgen wir noch mit dem Gastkomfort verbringen. Ohne dem geht's ja hier nicht weiter. Bei den Missionen. Hier war's. Ja. Ja. Und ich glaube, wir machen noch mehr. Wir forschen noch mehr. Und dann machen wir einfach... Ich würde das jetzt erstmal freilassen hier. Ich würde... Moment. Es geht hier so rum, aber ich werde es nie so hinkriegen wie hier, ne? Ich würde einfach sagen, ich mache einfach, wie ich... Wie ich so denke. Das sieht so komisch aus. Das wird nix. So. Naja, so ungefähr. Mehr oder weniger. Hoch. Ui, ein bisschen... Das ist aber schon okay. Ein bisschen mehr Sterne haben wir. Würde ich sagen, mache ich hier einfach ein Gehege hin. Vielleicht lasse ich hier ein bisschen frei, dass wir es so hin machen vielleicht. Hier geht auf jeden Fall noch ein Gehege hin. Hier geht ja auch. Hier gehen noch eigentlich zwei Gehege hin. Oder... Naja, ne ganz. Mal gucken. Dann gucke ich mal in der nächsten Folge, welche Dinosaurier ich noch hole. Es sieht so schön grün aus, im Gegensatz zu dem hier. Das ist eines so ein bisschen dunkler und hier so hell. Voll schön. Oh, ich mag die Paras hier einfach. Finde die so toll. 90 ist aber auch wirklich viel. Ich habe es nicht so mit Gästen. Die können ja auch einfach sagen, was ihnen nicht passt. Tun sie auch nicht. Aber das Auge, da ist ja alles okay, ne? Na gut. Dann würde ich sagen... Oh, 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 oh. Oh. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da sinken wir noch ein bisschen in Screenshots. Das sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann, ähm... Suchen wir noch ein paar Dinosaurier, die wir, ähm, forschen können. Und dann machen wir hier eben die zwei oder mehr Gehege für die Dinos. Vielleicht Fleischfresser. Und dann, äh, mal gucken, ob wir diesen Gaskomfort hinkriegen, beziehungsweise wie viele Folgen ich noch brauchen werde, um den Gaskomfort hinzubekommen. So ist es, glaube ich, besser gesagt. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Liken und für die Kommentare. Und macht's gut, meine Lieben. Bis zur nächsten Folge. Ciao.